Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Donnerstag, dem 9. Februar 2023. Du hörst die Geek Talk Daily. 1313 oder 1313. Irgendwie eine lustige Zahl. Heute mit Microsoft, OnePlus, OnePlus zum Zweiten, Apple.com, Blizzard und Kindersicherheiten. Zuallererst ist eine Suchmaschine, die kommen wird. Und zwar die Bing-Suchmaschine. Die wird neu angereichert. Microsoft hat bekannt gegeben, was sie da abändern oder zusätzlich bringen möchten. Neben normalen Suchergebnissen, also eine Liste von Links mit den Klicks, wo ihr dann draufklicken könnt und da hingehen könnt, wie zum Beispiel auf meine Blogs und andere Blogs und andere Newsseiten und Magazine und YouTube-Videos, bekommt ihr da auch Chat-GPT zu Gesicht. Die soll dann eine kleine Zusammenfassung liefern über das Thema, das du da drin angefragt hast. Ich bin gespannt, wie das ankommen wird. Zumindest hat in den ersten Beispielen gezeigt, dass der Chat-GPT-Bot, den Bing nutzt, deutlich weiter ist als der, der von der normalen Menschen da draussen, von dir und mir, gebraucht werden kann. Denn es sind Preisangaben mit dabei, es sind aktuellere Daten als 2021 mit dabei. Somit könnte das dann auf der zukünftigen Version basieren. Ich bin mal gespannt, wann das denn kommen wird. Etwas, was schon sehr schnell nämlich im Mitte dieses Monats kommen wird, ist das neue Smartphone von OnePlus 11. Wieso erwähne ich das jetzt? Bis jetzt habe ich noch nie viel über diese Firma gesprochen. Relativ einfach. Die sind endlich jetzt auch in der Schweiz tätig. Und somit kann man die dann auch besser empfehlen, weil es hier dann einen Ansprechpartner gibt. Und wenn man Probleme hat, auch die Möglichkeit einer Reparatur. Nämlich gehören beide zum Mutterhaus BBK Electronics. Und OnePlus selber ist direkt an Oppo unterschrieben. Und somit können sie eben da auch auf die ganzen Reparaturstätten etc. zurückgreifen, die Oppo schon aufgebaut hat hier in der Schweiz. Was ist neu an diesem Smartphone? Es hat eine riesen Kamera hinten dran mit drei Linsen. Du findest einen eleganten, runden Kreis, das Ganze verbaut. Die Innereien klingen spannend und interessant. Vor allem der 100-Watt-Ladeadapter, mit dem du in 10 Minuten, nee, das ist beim Kopfhörer, da komme ich gleich dazu, bei dem du innerhalb von kürzester Zeit, genau in der halben Stunde, das komplette Smartphone geladen bekommst. Das ist irgendwie surreal, aber ich kenne es von den Oppo-Smartphones leider, oder was heisst hier leider, auch machbar. Und somit sehr, sehr spannend. Ich werde ab Ende der Woche oder Anfang der nächsten Woche mein eigenes Gerät bei mir haben und dann kann ich es ausgiebig für euch testen. Dazu gibt es natürlich dann auch ein Video. Und auch ein Video könnte es vielleicht, wenn auch die Kopfhörer mitkommen, auch von den Kopfhörern kommen. Denn OnePlus hat nicht nur ein neues Flaggschiff-Smartphone vorgestellt und ein Tablet und eine Tastatur mit mechanischen Knöpfen, die beide wahrscheinlich vorerst nicht in der Schweiz landen werden. Nein, sie haben auch Kopfhörer vorgestellt. Die OnePlus Buds Pro 2 True Wireless Kopfhörer in einem edlen Case kommen stylisch daher mit allem Möglichen, was man sich so wünscht. 39 Stunden Akkulaus-Leistung soll insgesamt möglich sein. Das sagt zumindest der Hersteller. 6 Stunden, wenn ihr auf Active Noise Cancelling setzt. 9 Stunden, wenn ihr das weglasst. Und der Rest ist im Case drin, welches sich übrigens sehr, sehr wertig anfühlt, inklusive dem eingefrästen OnePlus-Logo auf der Oberseite. Wie gesagt, je nachdem gibt es auch die Möglichkeit, dass ich euch darüber schon bald was sagen kann. Dann gibt es auch Neuigkeiten von Apple. Das letzte Mal im Jahr 2021, genauer im Oktober, passiert, nämlich die Abänderung der eigenen Webseite. Und das schlägt ja jeweils immer Wellen. Denn wenn Apple was macht, dann setzen es viele plötzlich anders auch so um. Und das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich sehen, dass Menü-Navigation angepasst werden. Was Apple da neu macht, das lest ihr am besten auf daily.geektalk.ch und oder im Podcatcher eurer Wahl zum Anklicken. Da findet ihr einen direkten Link. Oder ihr geht auf apple.com. Geht natürlich auch. Neu gibt es ein Dropdown-Menü mit Unter-Navigation. Es ist, wie ich auf den ersten Blick gesehen habe, somit einfacher, einfach ein neues Gerät zu kaufen. Vielleicht auch nicht. Lasst es mich über die Kommentare und oder über die anderen Möglichkeiten, E-Mail und Social Media wissen. Mich würde es wundernehmen, was ihr dazu denkt. Nicht viel Gutes denkt die britische Kartellwächter über Microsoft und den angehenden Activision-Blizzard-Deal. Also das heißt angehend, der ist ja schon lange eigentlich eingetütet, aber wartet immer noch auf Freispruch. Die EU will was dagegen haben, die USA will was dagegen haben und jetzt eben in Grossbritannien die erste Aussprache in die Richtung verlief negativ. Das heisst, es könnte zum Scheitern verurteilt sein. Der Grund liegt darin, dass anscheinend Microsoft im Bereich des Cloud-Gamings einen Markteinteil von 60 bis 70 Prozent kontrolliert und gleichzeitig auch noch hintendran die Azure-Infrastruktur hat, auf der, soviel ich es richtig im Kopf habe, auch die Mitbewerber, nämlich Sony, unterwegs sind. Und das ist natürlich dann eben für die Kartellwächter zu viel des Guten. Ich bin mal gespannt, wie Activision-Blizzard das Ganze ansonsten alleine überleben wird und oder wer sie dann schlussendlich aufkaufen darf, wenn dann Microsoft nicht darf. Das finale Ergebnis kommt übrigens im April, ich glaube am 26. dann raus. Dann wollen sich die Briten nochmals zu Wort melden. Dann hat auch Google gezeigt, was sie so Neues an künstlicher Intelligenz machen. Nachdem Chat-GPT auf dem Markt ist, waren sie natürlich dezent im Bedrängnis und mussten nachliefern. Unter anderem haben sie zum Beispiel in Google Maps Neuigkeiten hinzugefügt, wie zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz angereicherte Informationen. Wenn ihr im Live-View-Bild drin seid, dann bekommt ihr Dinge eingeblendet, wie Bewertungen von Nutzenden oder Gesamtbewertungen von Restaurants, von allem Möglichen und natürlich die Möglichkeit auch Bankomaten, Restaurants und was auch immer zu finden. Du kannst Ladestops beim Fahren hinzufügen für E-Autos, du kannst nach schnellen Ladestationen suchen und so weiter und so fort. Es sind einfach Kleinigkeiten, die Google damit angereichert hat. Ich bin mal gespannt, wie sich eben die neue Bing-Suche dann anfühlen wird und ob das überhaupt irgendwie einen Einfluss hat, weil für die meisten Menschen ist das Suchen im Internet mit Google und oder YouTube verbunden. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Und zu guter Letzt hat Apple zum gestrigen, also vorgestrigen Mittlerweile schon, Safer Internet Day Tag auch eine neue Funktion freigeschaltet. Die Nacktfotosicherheitsfunktion in iMessage, welche Eltern für ihre Kinder aktivieren können, die wird in weiteren Ländern ausgerollt. Leider muss ich feststellen, ist die Schweiz noch nicht dabei. Sollte ich Hörende in Österreich haben, die gerade Zeit und Lust haben, es bei sich auszuprobieren, lasst es mich wissen, ob das bei euch funktioniert. Nachdem vor zwei Jahren das Ganze in den USA, in Australien und wo hat das noch alles gestartet? Grossbritannien und ein paar weiteren Ländern, was war da noch dabei? Neuseeland, genau, Kanada, kam im letzten Herbst dann Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien dazu. Und mit der Pressemitteilung von Apple habe ich gehofft, dass die Schweiz auch dazu gehört. Aber zumindest bis jetzt hat es bei mir sich nicht aufgeschaltet. Ich werde da natürlich fleissig dranbleiben. Das war es dann mit den Neuigkeiten zum heutigen Tag. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Schaut am Wochenende mal ein bisschen in Richtung meines YouTube-Kanals und oder Anfang der nächsten Woche wahrscheinlich eher. Dann werdet ihr, wenn es passt, Neuigkeiten von eben diesem genannten Oppo-Smartphone, jetzt habe ich es, OnePlus-Smartphone, zu Gesicht bekommen und vielleicht auch von den Kopfhörern. Am besten einfach mal vorbeischauen und wenn ihr noch nicht habt, abonnieren. Dann werdet ihr, wenn ihr noch auf die Glocke klickt, daran erinnert. Ihr kennt ja dieses YouTube-Game sicherlich. So, das war es jetzt aber mit der Eigenwerbung zum Schluss. Euch einen schönen und erfolgreichen Tag und wenn ihr mögt, gerne beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.